tot ne kannst mich nicht bin zu weit immer aber waren doch gut willkommen waren wir schon also ich habe mir jetzt wirklich schlimmer vorgestellt vielleicht hatten wir zu nur glück dass wir schon so viel schaden gemacht haben ich muss reparieren du gehst jetzt auch hier jetzt haben wir ja auch schon mal hier ich habe einmal rundum reparieren gemacht weil bei mir war alles kaputt ich weiß nur nicht wie das geht dieses hier ich habe jetzt die verteidigung saura so ich muss bloß mal schnell das mana da hat ab 19 level und wie vhp so agro klamotten naja es steht 40 let's go ja dann soll sie nicht gleich am anfang den hiel ruf hauen kann sie doch doch dann auch noch so ich bleib mal hier hinten noch passiert nicht bleiben alle weg ja immer dein geschäft hat nur was geschäftliches lernt man ich heile dich ja schon das ist jetzt ihr hier jetzt hat sie sich selber geheilt und einer ist tot hier schiller locker angejumped du heilst ich wenn jemand tot ist versuche ich es schiller locker greift aber auch nie von hinten an jetzt geht er auf mich jetzt geht er nicht mehr auf rechts ja ich lauf hin doch jetzt ist er wieder auf mich gegangen ich bin da ich attack ihn von hinten noch weg jetzt muss er einfach wieder erinnern einer ist dauer ja geht er auf mich was denn er hat mich was war das denn ich bin gerade dran gezogen glaube hummelfee ist jetzt afk hier das war klar ich bin da und er probiert mich zu töten oder was ja also hummelfee ist schon wieder raus wenn er mich noch mal hätte bin ich komplett weg muss man den jetzt nur töten ja ja nur ist gut da guck mal wir sind an sich nicht schlecht nur schiller locker greift immer nur von vorne an da ist noch nie auf die idee kommen mal von hinten zu laufen ich sehe schiller locker ehrlich gesagt gar nicht na der ist doch gleich am anfang gestorben deswegen weil er zweimal von vorne gegangen ist so jetzt geht er wieder aggro auf mich ok jo ich versuche ihn zu holen ein hit so einmal dodge schon jetzt geht er bei mir jetzt hat er mich ok gut ich bin rausgewichen wieder rausgewichen also den ein heal darf ich nicht machen so jetzt geht er weg Achtung ich halte ich alles gut ich musste nur meine blockausdauer hoch alles gut zu dritt machen ich kann das nicht ich darf nur den einen hier nicht machen und jetzt geht er auf mich jetzt ja ich greife ihn an eigentlich hat er easy hat mir block ja jetzt sind vorbeikommen jetzt muss er mich wieder nehmen ja aber das steht habe noch block die äußeren mini gehen lass erst die kleinen weg machen ja ja versuche ich die gehen erst mal auf die sind ja nur zwei ich bin aber gestorben auf jeden mal ok der boss ist natürlich auch noch da ne also ich bin jetzt gerade gestorben das sind die linke ich habe jetzt noch nicht verstanden ich skill da noch mal schnell um also skill da noch stärke weg am tag nur auf konsti würde ich jetzt gehen denn mal ja mach mal der ist so auf mich gegangen eben dass ich tot war der steht hier jetzt kämpft sie alleine oder was nein kind warum sitzt er da weiß ich nicht auf k er hat mir was geschäftliches zu erledigen hat er doch gesagt ja ja es war doch gerade ja ein snap ja so ja dann auf da holen wir mal die mama sprüche raus und dann geht das schon na ja sie müsse da noch eine damage waffe oder so nehmen voran jetzt kenne ich das geheimes der insel jetzt kenne ich meine wahre macht du kannst uns unmöglich etwas machen bin ich Rapperturkosten Alter spinne ich dir was hat denn oh ich hab die falsche Rappen äh gleich tot die ist ja schlimmer als ich mein gott ich sag ja dass wir immer noch jemanden finden der schlimmer ist als ich he he so geht wieder auf mich ja ich bin hör auf mein Kind ärgert mich könnt ihr mal bitte mit meinem Kind schimpfen mit deinem Kind jetzt ärgert er den Kater achso geht wieder auf mich und du warst in der ja und wir beide waren quasi oh ich bin down aber ich verstehe jetzt nicht ich hab ja nichts gemacht warum der da ja alles gut Mike geh mit ihm hier weg dann kann ich nicht Alter der Kater geht ja grad richtig ab ja weil mein Kind ihn ärgert ganz ehrlich ganz ehrlich halt diese komische Attacke ok wenn ich da davor stehe ist die jetzt schon down ist sie weg wieder? ja wir dürfen ja auch nicht in einer Linie oder so stehen ja wir dürfen ja auch nicht in einer Linie oder so stehe ja 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 aber jetzt ist er gratis dann ich glaube jetzt geht er wieder auf mich ne er ist da und aber erst auch one shot ja ja der macht hat null hp genau eine 15 paar stelle er tut so als wenn er genau weiß was hier abgeht aber es wird ein kleiner junge sein genau benimmt sich wie ein großer geht jetzt auf mich du brauchst bloß einmal weglaufen da wo ja natürlich du siehst doch wann er los ja und wenn er kommt dann deutsch der halt und gleich kommen seine gegner ich denke mal wenn wir mit zwei guten hätten muss wieder aufladen darauf bin aufgeladen und aufgeladen jetzt muss vielleicht die gegner kommen jetzt fällt er unter das k ja wie musst du probieren zu tanken dann ja hab ich ja und jeden einmal anballern jetzt kommen sie jetzt haben sie luft weg ne du ja ja ich geh rein ich hab's aber jeder attack theoretisch ok hab's aber nicht ich hab einen weggelockt ich werde dich unter meinen sollen zermallen ach hier ist eine kugel ich muss weglaufen hab keinen block hab wieder block geh ran geh ran oh ich krieg hier auf den sack ja ich zieh ihn weg kam weg jetzt so aber jetzt bin ich gleich gut schöner hier eh not down nein oh jetzt geht's wieder one hit jetzt bin ich wieder runter ja alles gut ich denke mal wenn wir wirklich mit fünf guten spielen schaffen wir das weil sie ist ja am anfang gleich tot da die heilerin wir brauchen da einen der dann noch damage macht ja alles gut wird aber scheit haben wir wieder ein bisschen was zu tun